Wir sind gerade im alten Volvo herumgefahren, zwölf Minuten. Das ging irre schnell. Hallo! Shit! Besser als der Volvo. Das ist der Hammer! Volvo kann man bestimmt auch gut treffen. Aber es ist ja 10 Jahre alt. Nur 2,0 Liter. Je älter desto besser zu flippen. Die Karo ist schön weich. Das ist Vorratantrieb. Ja, das... Wir machte nichts. Okay. Ein bisschen fejl. Ein bisschen selder, wie deine Roller kann drinken. Wow. Mit 180. Was war Ihr Rundenzeit gestern? Ähm... Im Training. Mit ziemlich viel Gelbfaden. 8,31. 31? Ja. Ja. Das ist eine tiefe 20er Zeit. Das ist nur mit unserer Haut. Okay. Wow. So. Der fährt aber langsam. Tja. Wie viele Runden haben Sie hier gefahren? Insgesamt? 23.000. 23? Ja. Okay. Sind eine Menge, ne? Es sind nicht viele Leute, die mir gefahren haben. Wahrscheinlich keinen. Ja, das ist Rekord? Ja, ich denke. Ja. Und wie kommt das? Taxi! Taxi fahren? Nein, Taxi und Rennen. Okay. Gestern fahren wir über 20 Stunden. Vorgestern 10. Heute wieder 21. Ah, läppert sich. Mein Rekord vom Ringtaxi in einem Jahr 1250. Wow. 1250? Ja. Okay. Und Sie sind dann... Die haben auch keinen Bock mehr, ne? Ah. Und Sie sind beim BMW angestellt? Ne. Ne. Ich hab noch nicht nur einen Vertrag. Ich fahr und schreib eine Rechnung. Okay. Oh. 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 Wie lange hält so ein M5er hier als Ringtaxi? 20.000 Kilometer. Okay. Dann ist es fertig. Dann wird es verstanden. Oh. 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 Und es wird nicht an Privatleuten verkauft? Nee. Geschrottet? Ja. Oder ein Museum oder so. Und das ist hier... Das ist ein Standardauto? Ja. Bis auf die Bremsbeläge. Ja. Und standard... Räder, Standard. Ja. Okay. Und Käfteln auch nicht mehr. Ich denke, es ist wirklich ein Schatz. Ich denke, es ist eine Art Schatz. Ja, es fühlt sich so. Da kommt man wieder an hier. Ich denke, es ist eine Art Schatz. Oh, das ist ein Schatz. Oh, das ist ein Schatz. Wie ist das eine Nössens? Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ich habe noch nie gesehen, dass ich etwas übernommen habe. Das ist ein Schatz. Ich habe total kontrolliert von 24-Streppen. was ist das beste auto hier am ringen also was fahren sie am liebsten ich bin mal so ein altes dtm aufgefahren altes dtm-auto bmw oder 190 ok warum ja der war ziemlich leicht und 460 PS und der war unglaublich und die sind so um die Ecken gefahren und der Porsche geht auch extrem aber der ist halt schwer vom Reglement her 1.750 km oder 1.250 km müssen wir fahren ok und die schnellste Runde ist das im E-190? vor allem der Höhenspur musste ich abbrechen aber ich bin immer noch mit Grand Prix Kurs 8.50 gefahren obwohl ich da echt nur mehr rollen lassen die Jungs an der Box sagten was zu schnell ist absolut alle haha kann ich schnell sein haha aber nun der hat es halt stopp und war der war doch eigentlich den ersten ja der hat ja 10.50 km her ja der hat ja 10.50 km her ja der hat ja 10.50 km her dann hat man Motorchart, Kurs Team ist gefahren ja mit Kurs Team auf dem Mercedes gefahren okay langstränke ja das ist ja auch langstränke das ist ja eine sehr nette dele ja wirklich und das ist eben der Motor und die kaputt gegangen scheiße aber den hat keiner ernst genommen im Spiegel ne die haben alle 190er gesehen ja und wir haben so eine Serienklasse im Langstreckenpokal die fahren halt so Serien nahe Fahrzeuge da haben die alle gemeint das ist so n Ding ne oh alle fuhren mir vor dem Auto das hier belastet den Autos sehr viel ne ja die ganze regnet nur im Kapusträger aargh det ser ut som om du ikke skifter gearet den køber Automat jo nej det er med nej det gør du ikke nej vi fik heller ikke lige det helt fordi vi skulle lige ud for dem der først vi skulle lige ud for dem der først hvor er der med ved at sidde bagi det er fed det er fed det er også okay her okay okay Werden Sie im Ringtaxi manchmal überholt? Am Zoo ja okay so ein paar Mopeds ah okay ja die richtig gut sind richtig je da hab ich keine Chance keine Chance okay so ein Zoo ja ich war zu viel quer weißt du war nicht unbedingt schnell ne gammel hahaha hahaha der komm da war fröid auf ja ja shit det gärk det war doch fantastisch kaffe fiender de andre hurtig ja man oh was geht ich war zu viel okay ich hab zwei schweine ich hab zwei färde ich hab ein Hund okay ich hab einen Upschrauber okay und leben Sie hier in der Nähe Sabine? ja ich hab ein ganz Hotel am Tierdach aha das ist meine Mutter und da bin ich aufgewachsen im Hotel in Nürnberg okay und ich hab ein Haus in Nürnberg da hab ich aber auch nur ein Brandenzimmer ne mit dem Gästehaus ha 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 jes龄 nej och vi på 8 8.20 satsag losman den var helt utroligt såĩ i rug den køber der M5 Reiter Wie lange hält ein paar Räder oder Reifen? Zwei Tage. Zwei Tage, okay. Die halten einen Tag. Ich fahre immer zwei damit. Ah, okay. Und Bramsbelege? Die halten länger, weiß ich jetzt aber nicht wie lange. Okay. Das hat aber Spaß gemacht. Wirklich. Super, super. Du skifter altså på palern der. Okay. Neu minuten.